Ah, Garouk. Jeder, seid ihr vielleicht daran interessiert, Pazak Karten von einem alten Mann zu kaufen, der mit dem Spielen aufhören will? Für nur 50 Credits verkaufe ich euch all meine Karten. Ich lege sogar gratis eine Lektion drauf, wie man spielt. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. 50 Credits sind ja mal gar kein Problem für uns. Sicher doch, ich kaufe eure Karten. Was habt ihr Glücksspiel aufgegeben? Warum? Ihr habt das Glücksspiel aufgegeben, warum? Warum? Versteht mich nicht falsch. Das Spiel war gut zu mir. Ich habe die Galaxis bereist von den Welten im galaktischen Kern bis hin zu den fernsten Grenzen des Outer Rim. Ich habe ein Vermögen gewonnen und mindestens ebenso viel verspielt. Doch das war vor langer Zeit. Die Dinge haben sich geändert. Das Glücksspiel ist etwas für junge Leute. Deswegen möchte ich aussteigen. Mein Angebot gilt noch immer. Für 50 Credits bekommt ihr meine alten Passag-Karten und gratis dazu eine Lektion. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Das wäre natürlich interessant, das zu lernen. Das wäre natürlich cool. Das ist ja auch echt bei Glücksspielen immer so. Da verliert man im Endeffekt eh wieder alles oder sogar zum größten Teil. Das ist halt eine Glückssache. Wenn du mal Glück hast, gewinst du eine Million. Und wenn nicht, verlierst du halt fünffache. Können wir dir ein paar Fragen stellen? Sicher doch, ich kaufe eure Karten. Freut mich, dass ihr an dem großen alten Spiel interessiert seid. Die Regeln sind ziemlich einfach. Ich lade sie in euer Datapad. Könnt ihr sie studieren, wann immer ihr wollt. Viel Glück. Ich hoffe, das Spiel ist ebenso gut zu euch, wie es zu mir war. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich würde gerne Pazak lernen. Ah, vor dem Pazak-Spielen musst du zehn Karten als Nebenstapel ablegen. Vier dieser Karten werden anschließend gezogen. Diese hast du während des Spielens in der Hand. Ein einfacher Pazak-Spiel besteht aus jeweils zwei Karten mit den Werten plus eins bis plus fünf. Mit diesen Karten bildest du einen Nebenstapel. Während eines Abenteuers wirst du auch auf Karten mit Werten zwischen plus minus eins bis plus minus sechs stoßen. Achtweiliger. Wähle jetzt zehn Karten für deinen Nebenstapel aus. Okay, okay, okay. Verfügbare Karten, gewählte Karten. Dann nehmen wir mal die. Die, 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 die. Jetzt haben wir jetzt plus eins, plus zwei, plus vier. Ach, hier sehen wir euch, wie wir noch davon haben. Dann hätten wir aber gar keine mehr davon. Ist das gut oder ist das... So, vielleicht. Na, machen wir mal spielen. Willst du diesen Nebenstapel wirklich verwenden? Ich hab keine Ahnung, ich hab's nur nie gespielt. Ziel des Spiels ist es, mehr Punkte zu haben als der Gegner. Hast du allerdings mehr als 20 Punkte, verlierst du. Hat ein Spieler am Ende einer Runde mehr als 20 Punkte, also einen sogenannten Bust, gewinnt der Gegner den Ersatz. Ein Spieler muss drei Sätze gewinnen, um die Partie für sich zu entscheiden. Ach, Besteller. Gegen Gegner. Der erste Spieler zieht automatisch eine Karte des Hauptstapels und spielt diese aus, um die Runde zu eröffnen. Das ist deine, das ist deine Hand für diese Partie. Die vier Handkarten werden vom zuvor abgelegten Nebenstapel gezogen. Mit dieser Karte musst du die gesamte Partie bestreiten. Hat ein Spieler eine Karte gezogen, darf er auch eine der Karten in seiner Hand ausspielen. Vorrunde kann nur eine Handkarte ausgespielt werden. Ziehe diese dazu über das Ballett, würde ich eben lesen, über das Brett, oder spiele sie per Doppelklick aus. Natürlich musst du keine Handkarten ausspielen. Tipp, wenn du mit einer gezogenen Karte über 20 Punkte kommst, kannst du eine Negativkarte ausspielen, um deine Gesamtpunkte wieder unter 20 zu drücken. Aha, dafür sind die Negativkarten, gut. Einige Karten können mit positiven oder negativen Werten ausgespielt werden. Diese Karten sind äußerst selten, eröffnen aber ungeahnte taktische Möglichkeiten. Ungeahnte taktische Möglichkeiten, habt ihr das gehört, Leute? Der Wert einer Handkarte, positiv oder negativ, muss vor dem Ausspielen angesagt werden. Ist die Karte ausgespielt, kann ihr Wert nicht mehr geändert werden. Du kannst halten oder die Runde beenden. Wenn du die Runde beendest, ziehst du am Anfang der nächsten Runde eine neue Karte. Willst du die Option halten, darfst du keine weiteren Karten ziehen und kannst erst im nächsten Satz wieder eine Handkarte ausspielen. Spiele jetzt eine Handkarte aus, beende die Runde oder wähle die Option halten. Alter Schwede! Okay, Bastilla, wir haben jetzt, also, jetzt, äh, in der Hand spieler. Äh, Moment. Pro Runde kann maximal eine Handkarte ausgespielt werden. Schließlich musst du mit den vier Karten in deiner Hand die gesamte Partie bestreiten. Also jetzt Runde benden, würde ich mal sagen. Für deinen Gegner gelten dieselben Regeln wie für dich. Er zieht in jeder Runde eine Karte und hat die Möglichkeiten, eine Handkarte auszuspielen. Du zu halten oder die Runde zu benden. Eins. Vier. Vierzehn habe ich jetzt, dann nehmen wir jetzt mal... Fünf, dann haben wir neunzehn. Runde benden. Wenn du die Runde beendest, ziehst du am Anfang der nächsten Runde eine neue Karte. Denk daran, dass dein Gegner den Satz gewinnt. Ah, warte, stimmt, dann müssen wir halten. Unentschieden. Wat? Ein Spieler muss drei Sätze gewinnen, um die Partie für sich zu entscheiden. Unentschieden werden nicht gewertet. Du bekommst keine weiteren Handkarten, also setze deine vier Karten klug ein. Oh, okay, also geht es jetzt einfach weiter. Interessanter Spiel, interessant, aber muss ich jetzt erstmal reinkommen. Neun, dann spielen wir jetzt einfach mal vier. Runde beenden, ja. So, neunzehn haben wir jetzt. Machen wir erhalten. 21. Ja, ich hab gewonnen. Ha. Ein Spieler muss drei Sätze gewinnen. Äh, für sich zu entscheiden. Unentschieden werden nicht gewertet. Du bekommst eine weitere... Keine Ahnung. Ja. Spiel es einfach mal weiter, bis ich gewonnen hab. Oder so. Äh, zehn und... Drei. So, Runde beenden. Ähm. Halten. Nein. Hat ein Spieler genau 20 Punkte, hält der automatisch. Der Gegner kann nun weiterspielen, bis er gleichzieht oder die 20 Punkte Grenze überschreitet. Oh Gott, zwei Gegner gewinnen. Okay, ein Spieler muss drei, blablabla. Gut. Wir machen mal Tutorial-Bänden. Mir ist es jetzt... Eigentlich klar. Es ist eigentlich doch verständlich. Neue Tagebuch-Attacke, jetzt verloren. 50 Watt. Scheiße, hätten wir nur gewonnen. Achso, stimmt. Wir haben den ja bezahlt. Quatsch. Das muss ich... Hä? Verloren? Ja, dann kämpfen wir mal gegen ihn hier, der gegen die Wand guckt. Ich habe gesehen, dass euch der alte Garuk Pasak Lektionen gegeben hat. Es ist einfach, die Regeln des Spiels zu lernen. Aber das Spiel zu spielen, ist eine viel größere Herausforderung. Normalerweise würde ich mit unerfahrenen Spielern keine Partie spielen. Aber da man Galrut das Spiel verboten hat, weil er mit Kartentricks betrogen hat, finden hier kaum mehr interessante Partien statt. Seid ihr an einer Runde interessiert? So, Entschuldigung, ich habe gerade einen kleinen Hustanfall gekriegt. Ich habe was getrunken, aber ich habe es dann, ne? Ich habe mein Mikro dann dafür stumm geschaltet. Äh, so. Wer seid ihr? Spielen wir. Ich werde es fast ebenso genießen, euch eure Credits abzunehmen, wie ich es genießen werde, euch bloßzustellen. Wie viel setzt du? Alter, jetzt habe ich gerade einen Mega-Hustanfall gekriegt. Sehr gut. Maximal Einsatz, 40. Achso, Max, hä? Ich will aber mehr einsetzen. Ja, komm, egal, wenn die 40 verlieren, das ist ja gar kein Ding. Also, verfügbare Karten. Achso, wir können wieder. Ich hätte gerne noch eine. Achso, haben wir nur eine. Hm. Plus eins. Ist das so gut? Vielleicht eher. Bei den ganz hohen bin ich mir nicht so sicher, aber eine können wir auf jeden Fall bauen. Ja, machen wir mal. Willst du diesen Nebenstapel wirklich verwenden? Ja. Ähm. Und jetzt? Plus vier. Und runde Bänden. So, Entschuldigung. Alter Schwede. So, acht. Ach, fuck, jetzt haben sie uns schon wieder überholt. Äh, drei. So. Achtzehn. So, plus eins natürlich. Und dann halten. What? Nein! Das gibt's doch nicht. Verdammt. Dieser Arsch. So, die erste Runde geht auf jeden Fall an ihn. Jetzt bin ich sehr gespannt. Fuck. Wenn du jetzt eine... Ja, komm, wäre es kehrens. Jetzt verlieren wir wahrscheinlich. Jetzt verlieren wir. Nein! 26. What? Oh Gott. Hä? Wir haben eine Neuner? Okay, okay. Ich bin... Ich bin Pro. Ihr merkt's, Leute. Ich bin ein Pro. So, runde Bänden. Der ist echt nicht schlecht, der Typ. Nein! Oh Gott. So ein Arsch. Teil die Karten aus. Euch wird schon noch das Lachen vergehen. Selbst Vertrauen bei jemandem zu sehen, der dazu verdammt ist zu verlieren, ist ermutigend. Ermutigend, aber töricht. Der redet ganz schön viel, der... Naja, nochmal. Komm, probieren wir nochmal. Das schaffen wir. Hm. So. Okay. So. Ähm. Runde Bänden. Dann setzen wir plus drei. Nein! Das gibt's doch nicht! Ach, verdammt. Der hat schon wieder gefahren. Nein! Oh Mann, ey. Ich glaub, wir werden echt voll hier gehen. Ich bin, ich bin dafür echt noch nicht gut genug. Aber ist cool. Ist echt cool. Äh, ja, man merkt's jetzt schon. Er hat ja immer noch drei Handkarten. Das heißt, der... Der weiß schon, wie's geht, auf jeden Fall. Äh, soll ich jetzt... Ja, komm. Ich benutze mal die... Minus zwei Karte. Ja, ich weiß jetzt schon, dass der exakt auf... Wir müssen halten. Ja! Ich hab gewonnen! Jawohl, er hat einen Fehler gemacht. Boah, das war jetzt aber Glück. Aber ich hab keine Handkarten mehr. Das ist das Problem. Er hat noch welche. Und das heißt... Ich bin mir jetzt echt sicher, dass er gewinnen wird. Das wird ja entweder auf 19 oder 20 kommen. 26! Ja, er hat schon wieder einen Fehler gemacht! Alter! Wenn er jetzt nochmal einen Fehler macht, dann haben wir echt eine Chance. Was? Hätte ich niemals gedacht. Oh Gott, neun. Jetzt bin ich echt gespannt, ey. Ne, das kann ich nicht riskieren, ey. Ja, ne, jetzt wird er gewinnen. Alter Schwede. Alter Schwede, nicht übel. Und der hat immer noch seine drei Handkarten, ey. Bei dem... Bei dem läuft's ja. Ich muss halten. Nein, 20! Er hat gewonnen! Du Arschloch. So, ich möchte da ein paar Fragen stellen. Fragen? Ich komm noch nicht hierher, um Fragen zu beantworten. Wenn ihr Parsak spielen wollt, spielen wir. Wenn nicht, dann verschwindet und besetzt nicht meinen Spieltisch. Der ist ganz schön, äh... Ungestüm. Wenn ihr jemals gegen den besten Parsak-Spieler auf ganz Tares antreten wollt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Na, das war aber knapp. Das war knapp. Jetzt haben wir 80 leider verloren. Schade, schade. Hat aber Spaß gemacht. Können wir echt nochmal machen? Oh. Sehr beeindruckend. Ihr scheint zu wissen, wie man Resultate erzielt. Genau nach solchen Leuten suche ich. Wer seid ihr? Ja, frage ich mich jetzt auch. Wer ist denn das? Ich bin Candice Ordo. Ich arbeite für Davide und die Tauschhändler. Sie haben mir dafür ein Vermögen versprochen. Und da ich ohnehin nichts Besseres vorhatte, mandalorianische Söldner wie ich sind sehr gefragt. Aber zuletzt hat Davide mir nicht das gezeigt, was er versprochen hatte. So etwas mag ich nicht. Also habe ich mir gedacht, die Stiff-Blockade zu durchbrechen und von diesem armseligen Planeten zu verschwinden. Wie wollt ihr das anstellen? Ja, wir wollen ja auch von hier weg. Ich will von Tares fliehen, aber das schaffe ich nicht allein. Ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Vorsicht. Söldner wie Derda haben nicht die Spur eines Gewissens. Sie betrügen, wo sie nur können. Könnte eine Falle sein. Ich spreche nicht mit euch, sondern mit eurem Kumpel hier, klar? Ich sah euren Sieg beim Scoop-Rennen. Und habe mir gedacht, wer so verrückt ist, ein solches Rennen zu fahren, ist vielleicht auch verrückt genug, in die Militärbasis der Sith einzubringen. Ja, vielleicht. Ich brauche jemanden, der mir die Startcodes der Sith aus der Basis besorgt. Ohne diese Codes wird jedes Schiff, das die Atmosphäre verlässt, von den automatischen Abwehrgeschützen der Sith-Plotte deaktiviert. Was habe ich davon? Warum sollte ich euch helfen? Hm. Was habe ich davon? Daher mein Vorschlag. Ihr bringt mir die Startcodes und ich besorge euch das Schiff, das uns von Taris wegbringt. Davigs Flaggschiff, die Avan Hawk. Ah, Avan Hawk. Sehr gut, ja. Tut mir leid, kein Interesse. Wie wollt ihr das anstellen? Ist euch in die Militärbasis gelangen? Das wird kein leichtes Unterfangen. Die Sith-Basis ist durch ein schiffriertes Sicherheitssystem geschützt. Man braucht schon einen topmodernen Astromech-Droiden, um da durchzukommen. Glück für euch, dass ich weiß, wo man so einen Droiden bekommt. Davig hat sich eigens einen von Janice Naur anfertigen lassen. Sagt ihr, dass euch Kanderous schickt, dann verkauft sie den Droiden. Mit ihm könnt ihr dann die Startcodes aus der Sith-Basis holen. Äh, wird Davig nicht wütend, wenn ich seinen Droiden nehme? Warum macht ihr das nicht selber? Davig hat den Droiden bezahlt, aber ich bin für diese Mission verantwortlich. Es wird ihn nicht interessieren, wie ich an die Codes gekommen bin. Normalerweise würde ich die Codes ja selbst holen. Aber hier wissen alle, für wen ich arbeite. Wenn ich in die Sith-Basis einbreche, machen die Hackfleisch aus Davig. Ach so, gut, Kanderous, abgemacht. Vergesst es, ich vertraue euch nicht. Ich glaube, wir machen das echt, das klingt gut. Wenn wir eigentlich hier von den Planeten fliehen, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Gut, Kanderous, abgemacht. Das mag überraschend klingen, aber ich spüre keinerlei Täuschung bei ihm. Vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Ich warte in Shabayas Kantine. Wir treffen uns dort, wenn ihr diese Startcodes habt. Dann bringe ich uns weg von hier. Jawohl, okay, neuer Tagebuchentrag. Das checken wir mal. Äh. Tränenkauf, Flucht, äh, äh, äh. Schnellreisesystem, okay. Äh, oh, ach so, ja, hier, okay. Ich dachte eben schon, hä? Ich dachte, Schnellreisesystem von Star Wars, Knights of the Old Republic, okay. Ja, ja, das ist mir auch klar. Äh, erlege ich den Aufträger aus Auftrag? Pass ich neben dem Stapel. Okay, das sind auf jeden Fall unsere Gegenstände. Und was ist hier so? Suche nach Bastilla, bla, 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 sortiere nach Namen. Alter, äh. Ja, würde ich sagen, erledigen wir das fast. Ich warte mit Javas Kantine, wir treffen uns dort. Wenn ihr die Startcodes habt, dann bringe ich euch weg von hier. Das klingt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, kann ich das hier irgendwie nochmal nachlesen? Erledigte Aufträge nach Auftragseingang. Laufende Aufträge. Ausgeschlossene Flucht der Tar... Flucht von Taris. Kandurus Ordo, ein Mandalorianer im Dienst von Darvik. Ist übrigens ein Mandalorianer, genauso wie zum Beispiel Jango Fett oder Bubafett. Sind auch Mandalorianer. Sind dann meistens Kopfkalljäger. Äh, Mandalorianer im Dienst von Darvik. Hilft dir, Taris zu verlassen, wenn du im Militärstützpunkt der SIS die entsprechenden Startcodes besorgst. Die Sicherheitsstüren sind für einen T3-Druinen kein Problem. Allerdings solltest du die SIS-Trupa im Stützpunkt nicht unterschätzen. Also müssen wir uns jetzt einen Druinen besorgen? Äh, oh, okay. Alles klar bei dir, Carth? Oh, warte, das will ich jetzt nochmal nachlesen. Wir müssen uns ja den Druinen jetzt besorgen, wenn ich die Aufträge. Ähm, Flucht von Taris, Druinenkauf. Kandurus hat dir erzählt, dass Kenneth Nall in ihrem Geschäft einen Druinen hat, der dich in der SIS-Base bringen könnte. Er meint, du musst nur seinen Namen erwähnen, damit sie ihn dir verkauft. Ist das die alte, wo wir eben schon waren? Ja, wenn das so einfach ist. Geil und Two Fingers. Hier müssen wir uns echt auch nochmal umsehen. Sehr interessant. Kellner. Alter Schwede, haben wir auf jeden Fall... Uh, cool. Ja, ich tanze mit. Döbidöb, döb. Hey, cool. Bith Musiker. Kennen wir ja aus der Kantina. Dödelö, 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 dödelö. Dödelö, 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 dödelö. Ich würde hier gerne... Alter, ich... Ja, also die Bastilla, ich glaube, die will was von uns, ne? Die steht auf uns wahrscheinlich. Was kann ich tun? So, du kannst hier mal aus dem Weg gehen. Ich würde fast sagen, ich bende jetzt hier mal die Aufnahme. Ich bin schon seit zweieinhalb Stunden... War das jetzt die längste Aufnahme? Habe ich... Oder? Moment, jetzt muss ich mal kurz... Ne, ich glaube, ich hatte sogar schon mal eine fast längere Aufnahme. Aber ich denke, das reicht jetzt erstmal. Wir haben jetzt gut aufgenommen. Nächste Aufnahme sehen wir uns erstmal hier ein bisschen in der Kantina um. Wir sind ja weit gekommen. Wir sind aus der Kanalisation raus. Also war, soweit ich das sehen kann, eine erfolgreiche Aufnahme. Wir sehen uns hier ein bisschen um. Und kaufen dann im besten Fall den Druiden. Und gucken, dass wir dann vom Planeten runterkommen. Würde ich mich hier vielmals bedanken. Nächstes Mal, keine Ahnung, können wir vielleicht noch ein bisschen labern oder so. Ich habe ja hier schon ein bisschen was über Darth Revan erzählt. Habe ja so ein bisschen was erläutert, so ein paar Kleinigkeiten. Bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was wir hier noch so weiter von der Story erfahren. Weil ich euch ja auch nicht so sehr spoilern will. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi. Tschüssi.